Ooooooh Gut, ich hoffe, ich habe ihn ausgewichen Ich sterben, Albert Echt? Ja, das ist natürlich scheiße, dass die alle sterben, Liebster Moonfall Ich sterbe, ich lebe, muss ich mir da mal weniger Oh nein, er visiert mich an, ich sterbe auch Oh nein, ich bin so gut tot Und da bin ich tot Ja, das bleibt aber liegen Jaja, ich warte, warte mal Ich kann ja gar nicht wieder aufstehen Also ich bleib jetzt liegen, oder was? Ah, ich bleib mal stehen Also liegen, meine ich Wahrscheinlich jetzt für die Zuschauer ein bisschen langweilig Ne, ich liege ja hier neben dir Hinten links hinter dir Da liege ich und ich gucke mir den Kampf an Ist schon interessant Ganz hoch, falls auch nur medizinische Sonde rufen Ne, kann ich nicht Ich kann nur zurück zum Medi-Center Wachposten Hurna Ja, okay Soll ich das machen oder liegen bleiben? Ich würd liegen bleiben Dann bleib ich liegen Oh, was für ein Kampf Oh, was für ein Kampf Kannst das jetzt so wie im Fernsehen kommentieren? Hehehe Dafür kenn ich zu wenige Fahrt Fast Ohja, so schlecht ist der doch nicht Ist für meine Verhältnisse schon Aber ich fand den auf Crash wirklich schamlos Da muss ich dir recht geben Obwohl der höher der Brigade ist Oh nein Holz eben zu sein Also noch kannst du zum Außenposten zurückgehen und wieder was machen Noch ist das Ding nicht tot, aber... Okay, dann mach ich das jetzt Dann komm ich jetzt dann gleich wieder angeflattert Äh, wo geht's denn hier nochmal lang? Ah, das ist ja gar nicht so weit weg Ich komme Oh, da oben Äh, da hinten meine ich Aaaaah Ey, fuck, ich bin zu weit weg Oh nein, mein Begleiter ist gar nicht da Wie ruf ich den denn nochmal her? Boah, da, du Vollicu, du komm mal wieder her, ey Achso, ne, der ist ja gar nicht da, weil der maximal Gruppendienst ist Ah, ich bin so schlecht, kenn mich ja gar nicht aus Nicht in den roten Kreisen sein Oh, der Kreis, ja, ne, ich bin kein roten Kreis, aber der macht mich trotzdem platt Warte, ich heil dich mal Ja, aber schnell, ich hab kaum noch Energie, der geht gleich wieder auf den Schoß, glaub Und Jo, danke Ja, ich muss aber sorgen, dass der heil ist Ja, ich geb mein Bestes, euch einfach zu supporten Du bist aber noch da Ich bin noch da, bis jetzt lässt er mich, äh, in Ruhe, aber ich bin mir sicher, der wird mich gleich wieder mit so'n Inbar-Angriff direkt down machen Solange baller ich einfach was dem Ohr hergeben Wird, glaub ich, mal ne längere Folge Oh, fuck, jetzt raus aus dem Kreis Er hat mein Micro zum Glück gestimmt Ey, wie cool, ey, lass mich gerade echt in Ruhe, aber ich weiß genau, dass ich das gleich wieder ändern, ey Oh, Gott, ich bin so schnell gestorben, dass ich nicht mal den Schuss gesehen hab Hebe dich auf Du bist auch gestorben? Nö, nö, ich hab gesagt, ich heb dich auf Achso Ah, geil, wiederbeleben annehmen, danke So, jetzt kriegt der die Knacken Oh, fuck, schnell raus, da, schnell raus, da, raus, da, raus Ach, was Oh, ja, ich bin ja so schnell, ich konnte raus, aber der hat da noch mit seinen Laseraugen, hat der da total draufgeputzelt Naja, dann lieg ich jetzt da, der ist ja gleich tot Dann kannst mich ja wiederbeleben In zehn Sekunden, in zehn Sekunden darf ich wieder aufstehen Ich lieg auch noch unter Wasser, hey, das ist nicht gerade gesund, so medizinische Sonderrufen Ah, warte, ich könnte dich jetzt holen Okay, geil, da liegt der Weltenboss, hahaha Du hast jetzt auch einen Codex-Eintrag bekommen, ne? Ähm, keine Ahnung Ich hab 38 Sozialpunkte, Erfahrung, 1000 irgendwas und ähm Ja, okay Er hat nicht looten einfach Was? Hast du gelootet? Hier, dieses Ohrgerät, das ist was für dich Okay Mach da mal Bier drauf, auf dem Ohrgerät, das lohnt sich Ja gut, mehr ist da ja nicht drin Und das direkt reinhauen Warte, hab ich das überhaupt gekriegt? Ja, hast du Äh, Ohrgerät Äh, 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 ja, das Ohr Okay, warte So, hab's angelegt Geil So, die Jungs mal oben hier, gute Arbeit Solltest auch noch schreiben, dass sie jetzt, äh, in dem Video sind J Zock.de, ihr, ihr seid dabei So Geiler Scheiß Warte, ich hole mir schnell mal einen Kaffee, bis gleich Bleib hier stehen und beschütz mich Großen im Wohnen Töck Dähu Dähu Heiß Dähu Töck Dähu lol Dähu Dähu Oh Mann, das war ja wilde Action. Also Mondwolf, mit dir erlebt man Sachen unglaublich. Wo ist denn mein Bow da eigentlich? Ah, jetzt kommt er. Ich bedanke mich für dieses spannende Abenteuer. Abenteuer, so was, wie gesagt, so mein erster Weltenbus, so was krasses habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich löse gerade kurz mal die Gruppe auf und lade dich wieder ein. Supi. Geh auch mal aus der Gruppe raus und dann lade ich dich wieder ein. Äh, wie mache ich denn das Operationsfenster in Sperren? Nein, rechtsklick auf dein Porträt, dann Gruppe und dann Gruppe verlassen. Okay. Boah, ey, der Kaffee, der, ja. Ey, wir müssen noch tanzen. Wir haben es doch geschafft. Ach ja. Aber warte, du musst mich erst in die Gruppe wieder einladen. So, und dann, das Ding hält ungefähr vier Minuten. Auf geht's. Und Musik. Oh, ist das genial, Alter. Ich habe es perfekt im Kasten. Jetzt wird das mal getanzt. Auf das der Weltenboss in der Hölle schmort. Ich bin es ja beeindruckend, dass dein Musik-Equipment im Wasser nicht kaputt geht. Es war sicher teuer. Ha, Mundpolf, du bist echt der Hit. Geil. Oh, yeah. Da krieg ich gute Laune. Ja, 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 ja. Normal wäre jetzt auch Glitzer oben oben, aber das Glitzer sieht man jetzt nicht so gut. Ja, ja, ich habe es vorhin da auf dem Boden gesehen. Oh, es ist so geil hier umzutanzen. Da könnte man sogar mal eine J-Zockt-Sonder-Ausgabe machen. Let's dance. J-Zockt. J-Zockt. J-Und-Und-Wolf-Zockt. Coole Sache. Oh, ganz in der Nähe ist das Helden-Plus-Vier-Quest. Hammer, hammer hart. Huh. Was ein Sound. Einfach nur supergut. Dance the night away. Gibt's was Schöneres? Wer weiß? Ich glaube nicht. Boa, Mondwolf, du musst dir auch so Secret World holen. Hast du das auch zusammen spielen können? Ja, weiß ich nur nicht. Huh. 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 Musik ist zwar noch da, aber leider das andere Ding nicht. Einfach spitzen. So, jetzt geht's nach Coruscant, den Weltburschlägen. Wollen wir nicht erst das Helden-plus-4-Quest machen? Willst du den Partner spenden vielleicht? Oder soll das eine Special-Ausgabe werden? Entweder ich lasse es im aktuellen Video drin oder ich mache einen extra Partner draus, wo wir nur tanzen für Minuten. Aber wollen wir nicht das Helden-plus-4-Quest machen? Mir egal. Schaffen wir das zu zweit? Du hast doch gerade gesehen, dass ich allein durch den Weltburschlägen bin. Okay, dann müssen wir mal hier den Berg hoch irgendwie. Wann willst du denn den Part beenden? Wenn du willst, kann ich den jetzt beenden. W-M-Leute! W-I-W-W-L-L-A-N! W-E-W-E-W-D-I-W-A-N! W-A-N! W-E-W-A-N! W-E-W-A-N!